Für mich ist es super besonders, dass ich für den 1. FC Kaiserslautern starten kann, auch wenn der FCK ein Fußballverein ist. Gibt es trotzdem zum Glück, finde ich, noch viele andere Abteilungen und die Triathlon-Abteilung hat mich aufgenommen. Für mich ist es einfach super toll, so einen starken Verein im Rücken zu haben. Die Spieler oder die Gespräche, die dort stattfinden, da merkt man dann auch wirklich, dass die Respekt vor der Leistung haben, die ich bringe. Aber andersrum habe ich auch einen ganz anderen Einblick bekommen, wie es im Fußball aussieht. In Kaiserslautern ist es wirklich so, dass ich mich super wohl fühle. Es ist ein super gutes Miteinander im Verein mit mir. Ich werde von allen respektiert, überall mithingenommen. Ich darf ins Stadion. Ich bin nach den Olympischen Spielen vor der Westkurve, also unserer Fantribüne in Kaiserslautern, geehrt worden. Das sind dann schon sehr, sehr besondere Momente, die mich mit dem Verein verbinden.